Seit 1992 bietet die MAB Gröditzer Metall- und Anlagenbau GmbH und CoKG optimale Lösungen rund um den anspruchsvollen Anlagen- und Stahlbau. Kunden werden professionell beraten und bedient, wobei sowohl individuelle Sonderanfertigungen als auch der Bau von kompletten Anlagen und technologischen Ausrüstungen im Fokus des breiten Portfolios stehen. Projektierung, Konstruktion, Fertigung und Montage – vielfältige Industriezweige insbesondere aus den Bereichen Stahlwerks, Gießerei, Strahl- und Umwelttechnik nutzen fachkompetente Leistungen, die sich in der Wartung und Instandhaltung ihrer Anlagen oder Bauteile fortsetzen. Von Walzarbeiten mit hydraulischen Biegemaschinen für das Runden von bis zu 30 mm starken Blechen über qualitätsgeprüfte Schweißarbeiten für zum Beispiel die Bauteilregeneration oder den Verschleißschutz bis hin zu Industriedienstleistungen, ein leistungsstarker Maschinenpark und qualifizierte Fachkräfte garantieren hochwertige Ausführungen, die unter der Leitung von Thomas Eulitz zeit- und kosteneffizient realisiert werden. Erfahrung, Kompetenz und erstklassiger Service – MAB Gröditz – Ihr Partner für hochwertigen Metall- und Anlagenbau – bundesweit.